Man mag es kaum glauben, aber selbst Ferrari hat eine Abteilung, die ihre ohnehin schon abartig schnellen Geräte noch schneller macht. Was für Mercedes-AMG ist für Ferrari das FXX-Programm? Jüngster Spross der Edelbrut ist der FXX-K, eine verschärfte Version des Ferrari la Ferrari. Der FXX-K ist wie alle Fahrzeuge des FXX-Programms nicht mehr Straßen zugelassen, sondern rein für die Rennstrecke. Im K leistet der Hybridantriebsstrang 1050 PS. Diese Leistung wird durch ein aus der Formel 1 übernommenes High Curse System erreicht, das kinetische Energie in Vortrieb umwandelt. Wie er einen Ferrari FXX-K kauft, ist automatisch ein Testfahrer und absolviert mit dem K ein zwei Jahre andauerndes Erprobungsprogramm. Neben diversen speziell auf den K abgestimmten Fahrzeugsystemen wurde die Aerodynamik für die Rennstrecke nachgeschärft. Preise nennt Ferrari übrigens keine, aber man wird wohl astronomische Summen für einen K bezahlen müssen. Bistos maisonen Rundfunk U U U Untertitelung des ZDF, 2020